The Bad Guys, Reign of Chaos, nicht zu verwechseln mit dem Animationsfilm The Bad Guys von Universal Pictures, ist eine koreanische Produktion aus dem Jahre 2019, hat eine Lauflänge von ca. 115 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Der Film basiert auf der Serie The Bad Guys, welche 2014 in 11 Episoden im koreanischen Kabelfernsehen auf OCN, Orion Cinema Network, ausgestrahlt wurde und ist quasi die Fortsetzung im Kinoformat mit zwei neuen Charakteren. In der Actionkomödie rund um Superstar Don Lee geht es um ein paar Verbrecher, die zu einer ungewöhnlichen Spezialeinheit zusammengestellt werden, um ein paar entflohene Häftlinge inklusive ihrem Gangsterboss wieder einzufangen. Gelingt ihnen die Festnahme, wird ihre Haftstrafe deutlich reduziert, ein Ansporn, bei dem sich die Bad Guys nicht zweimal bitten lassen und mit allen Mitteln versuchen, den Gangsterboss und die restlichen Flüchtigen zu feiern. Die Geschichte von The Bad Guys, Reign of Chaos ist einfach gestrickt und wartet nicht wirklich mit überraschenden Wendungen oder Storytwists auf. Bei einer Lauflänge von fast zwei Stunden wird es somit an manchen Passagen im Film leider etwas zäh. Die Dialoge erzeugen kaum Spannung und eine Charakterentwicklung sucht man hier vergebens. Dafür machen die einzelnen Actionsequenzen aber richtig Spaß. Speziell am Anfang die Szene mit dem Bus, aus dem die Gefangenen entfliehen, die sieht wirklich spektakulär aus und auch das Finale weiß mit schlagkräftigen Argumenten zu überzeugen. Dazwischen gibt es immer wieder ein paar Prügeleien, in denen Don Lee mal wieder zeigt, wo der Hammer hängt. Nicht nur beim Türen öffnen. Es macht einfach riesig Spaß ihm zuzusehen, wie er zum Beispiel gegen Angreifer kämpft. Die versuchen ihn mit einer Vase auszunocken, er aber mit der offenen Handfläche einfach mal die komplette Vase zertrümmert. Ein Actionfeuerwerk darf man hier jedoch nicht erwarten. Dafür gibt es aber eine schöne Hommage an Sin City zu sehen, inklusive einer Anspielung auf den Yellow Bastard. Wer auf äußerst blutige Szenen steht, wird diese in The Bad Guys sehr vermissen. Aber Blut alleine macht ja noch lange keinen guten Film aus. Dennoch, wer mehr Blut sehen will, dem empfehle ich The Outlaws ebenfalls mit Don Lee und davon gibt es auch schon eine Filmkritik auf meinem Kanal. Zusammengefasst kann man sagen, dass The Bad Guys Reign of Chaos das Rad in Sachen Action, Komödie und Thriller nicht neu erfindet und durchaus seine Längen hat. Dennoch kann man mit dem Film seinen Spaß haben, vor allem wenn man Fan von Don Lee und seinem rosa Handschuh ist. Seine Deutschland-Premiere feierte der Film im Februar 2022 im Mediabook von Nameless Media. The Bad Guys Reign of Chaos erschien in vier verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten, wovon jede auf 333 Exemplare limitiert ist. Nameless typisch weisen alle Cover-Varianten eine Spotluck-Veredelung auf und beinhalten ein 20-seitiges Booklet, diesmal geschrieben von Nando Rona. Der Film liegt hier ungeprüft und ungeschnitten mit einer deutschen DTS-HD Master 5.1-Tonspur auf DVD und auf Blu-ray vor. Als Bonus-Material gibt es verschiedene Trailer, Cast-Greetings und zwei Making-Offs. Aktuell gibt es noch alle Cover-Varianten im Shop von Nameless zu einem Preis von jeweils 30 Euro zu erwerben. Wer den Film legal sehen will, aber auf ein Mediabook verzichten kann, dem sei die DVD oder Blu-ray im Vertrieb von Euro-Video zu empfehlen. Diese erschien im Juni 2022. Auch hier liegt der Film selbstverständlich ungeschnitten, jedoch geprüft mit einer FSK-16-Freigabe vor und hat auch dasselbe Bonus-Material mit an Bord. Preislich liegen wir hier bei 12,99 Euro für die Blu-ray und bei 9,99 Euro für die DVD. Natürlich kann man sich den Film auch bei Amazon Prime ausleihen. Kostenpunkt hierfür aktuell 4,99 Euro. Ihr seht also, es muss nicht immer ein Mediabook sein, aber schön, wenn man die Auswahl hat. Das ist nur ein Mediabooks, wenn man es um 16,99 Euro für die DVD oder bei 10,99 Euro für die DVD oder mit 10,99 Euro für die DVD. Vielen Dank.